Ja, grüßt euch, Buam. Hier ist mal wieder euer Gleichstellungsbeauftragte, der problematische Klaus. Heute habe ich euch einen Artikel mitgebracht, der ja sehr spannend ist. Geld oder Liebe? Warum die Heiratschancen von Männern zunehmend von ihrem Gehalt abhängen? Und das ist ja genau der Witz dabei, warum ich hier die Hypergamie noch weiter steil gezeichnet habe. Gerade hier in der Moderne mit unseren ach so progressiven Frauen. Und progressiv natürlich nur beim Einkommen. Der Mann muss noch mehr Schafen, Schafen, Häusle bauen. Und das ist eben so krass, wie hier der Autor schreibt. Der Traumann der Gegenwart entspricht dem Prinzen der Vergangenheit. Das ist ja auch immer wieder, was ich so gern zeige. Es gibt im Großen und Ganzen vielleicht den modernen Mann, aber nicht die moderne Frau, weil die datet immer noch wie in 1920. Wer sich als Heiratsmaterial präsentieren will, muss heute zwar weder güldene Rüstung tragen, noch auf einem geschmückten Gaul über den Markt der Eitelkeit reiten. Der Mann der Moderne sollte schon auf zeitgenössische Signale setzen, um Status und Wohlstand auszustehen. Und das ist ja auch so geil. Auf der einen Seite wollen sie umso mehr bis 2030 die absolute Geschlechtergleichheit. Aber zeitgleich gerät schon die Frauen lustigerweise durch die Partnerwahl, durch die Selektion rein. Ob sie da jetzt so viel selber dafür können, das ist jetzt mal eine andere Frage. Aber trotzdem, Fakt ist, die Hypergamie ist da und sie wird immer schlimmer. Da gibt es auch den Begriff des sogenannten Hoflation, ganz, ganz böses Wort, aber trotzdem, dass der normale Mann viel mehr an den Tisch bringen muss, um jetzt hier die modernen Frauen für sich gewinnen zu können. Und das schafft ja nochmal eine umso heftigere Diskrepanz. Deswegen siehst du ja auch männliche Jungfräulichkeit steigt nach oben, Generation beziehungsunfähig. Da fragen sich alle, woher kommt denn das? Ich könnte nicht mit dem Finger drauf zeigen. Das wäre ja wieder Frauenhass. Allen Vorstellungen der romantischen Liebe zum Trotz geht es nämlich heute noch vor allem um eines. Wollen Männer eine Partnerin für sich gewinnen oder gar heiraten, erhöhen Geld und ansehen die Chancen enorm. Alter! Also, ich falle aus allen Wolken, sage ich euch. Krabbeln sie hingegen am unteren Ende der finanziellen Leiter herum, stolpern sie mit erhöhter Wahrscheinlichkeit alleine durchs Leben. Und das Problem hast du ja nochmal exponentiell, weil gerade die Akademikerinnen, die sind ja schon weit oben in dieser Hierarchie, in der Fressordnung, wo es ja um Einkommen und Status geht, dass sie ja noch weiter nach oben wollen. Aber der Lack bröckelt ja schon ab. Das ist ja das nächste Problem. Seit jeher ist der soziale Status eines Mannes ein wesentlicher Faktor, ob dieser eine Partnerin findet und Nachkommen bekommt, schreiben Martin Fieder und Susanne Huber von der Universität Wien. Aber auch hier in der Studie. Somit liefern unsere Ergebnisse Hinweise darauf, dass das Einkommen möglicherweise einen sehr jungen Selektionsdruck auf Männer in den USA darstellt. Ein Druck, den im 20. und frühen 21. Jahrhundert im Laufe der Zeit immer stärker geworden ist. Weil damit wurden ja Frauen hier in den Arbeitsmarkt gebracht, befreit. Aber zeitgleich, die Hypergamie wurde halt auch befreit. Und da hast du halt dann umso krasser diesen daraus entwickelten Selektionsdruck, wo sie halt leider keine Lösung finden. Diesen Zusammenhang haben Forscher vielfach in großen Studien weltweit beobachtet. Er gilt unabhängig davon, wie traditionell oder progressiv, wie reich oder arm Gesellschaften sind. Auch Vorstellungen zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit haben kaum Auswirkungen auf diese Partnerpräferenzen. Weltweit und quer durch die Geschichte gilt, Männer fliegen auf Jugend und Schönheit, Frauen auf Status und Wohlstand. Wohlgemerkt, es handelt sich um Durchschnittswerte. Ja, für die nicht alle Polizei, da kommt wieder so eine Frau mit elf Fingern. Ja, ich habe aber elf Finger. Da sehen wir es aber wieder, Männer denken in Wahrscheinlichkeiten und Frauen in Möglichkeiten. Natürlich auch im Durchschnittswert. Einzelne Gegenbeispiele lassen sich gewiss finden, ja, wie gerade gesagt, doch es handelt sich um Ausnahmen. Die Präferenzen verschärfen sich womöglich sogar, wie Fieder und Huber in ihrer aktuellen Studie zeigen. Die Forscher werten dafür Daten von 3,5 Millionen Männern und 3,6 Millionen Frauen aus den USA aus, die zwischen 1890 und 1973 geboren wurden. Der Analyse zufolge hingen die Heiratschancen der Männer im Laufe der Zeit immer stärker von ihrem Gehalt ab. Unter den 1890er geborenen Männern übte das Einkommen nur einen marginalen Einfluss aus, während unter 1973 Geborenen die Heiratschancen zu etwa 20 Prozent von der Höhe des Gehalts bestimmt wurden. Für die Frauen dieses Geburtsjahrgangs galt hingegen, ihr Einkommen wirkte sich weder positiv noch negativ auf die Chancen aus, jemals zu heiraten. Es ist ja auch klar, wenn man nicht im Wolken-Kuckucks-Land lebt, weil gerade auch hier einfach diese Aspekte da sind. Frauen gebären eben die Jugend, die Kinder und werden dementsprechend auch viel eher von Männern selektiert, auch wenn sie zum Sinne der geltungsaltruistischen Ader, ja, ich schaue auf die inneren Werte, sagen. Aber ja, diese sexistische Realität mal wieder zum Kotzen, sage ich euch. Was also ist da los? Hat der Kapitalismus die Herzen korrumpiert? Quatsch! Was sich aber verändert hat, einst bemaßt sich sozialer Status anhand vieler Faktoren. Heute ist es das Einkommen, die mit Abstand wichtigste Kenngröße. Und das ist ja auch gerade hier, damals konntest du als Mann noch viel mehr bringen, aber heute kann die Frau ja das alles auch selber erwirtschaften, dass dann im Großen und Ganzen auch hier diese Freiheiten da sind, was ja hier schön für diese Frauen ist, aber halt auch sehr, sehr schlecht, wie sich dann hier herausstellt. Vor langer, langer Zeit mag zum Beispiel der Jagderfolg eines Mannes seine Stellung in der Gemeinschaft aufgewertet haben. Heute ist es eben der Kontostand. Die Forscher der Universität Wiener argumentieren zudem für einen weiteren Grund, warum die männliche Attraktivität heute stärker vom Einkommen abhängt. Frauen heiraten sozial tendenziell nach oben, nicht nach unten. Das ist eben hier das Problem, dass sie halt nicht in der Masse hier den Bauarbeiter selektieren. Auch das haben Studien gezeigt, hochgebildete, beruflich erfolgrehe Frauen suchen sehr oft nach Partnern, die noch höher hinaufgeklettert sind als sie. Und da Frauen heute in Sachen Bildung und Berufserfolg teils auf der Überholspur unterwegs sein, so argumentiert Fiedler und Huber, sei der finanzielle Erfolgsdruck auf Männer enorm gestiegen. Die Liebe hat eben schon immer ihren Preis gehabt. Und das ist ja gerade das, wahre Anziehung ist halt auch hier nicht verhandelbar. Klar, entwickelt sich der Kontext, die Gesellschaft, aber leider Gottes halt diese evolutionspsychologischen Aspekte. Und das macht natürlich gar kein gutes Gefühl im Bau der Gender-Propheten und dieser ganzen Gender-Studies, Leute, aber die Tsunami-Welle der Realität kommt richtig reingeballert und wir dürfen gespannt sein, was die Alphavit-Win hier in 20 bis 30 Jahren noch vom Stapel lassen werden. Das ist ja auch so lustig, nochmal kurz hier zum Einwurf, was ich gesehen habe, dass sie in der Zeit kürzlich erst einen Artikel losgelassen haben von der Hanna. Gerade Besserverdienende üben finanzielle Gewalt aus. Frauen sind finanziell oft von ihrem Partner abhängig, weil sie den anderweitig sonst nicht scharf finden, wie wir gerade gesehen haben. Viele leiden, können sich aber nicht wehren. Oh, Hypergamie! Äh! Da war es so geil. Da regen sie sich auf. Oh, äh, die verdienen ja besser. Oh, der ist aber attraktiv. Und dann sehen sie diesen Widerspruch in dieser ganzen Dynamik, nicht? Und dann kommen diese ganzen Experten, diese ganzen Expertenklassen. Ja, da brauchen wir jetzt Umverteilung. Die sollen Geld abdrücken. Dann finden sie die nicht mehr scharf. Dann sagen sie, oh, wo sind denn all die echten Männer hin? Und dann verdient er wieder mehr. Dann wollen sie den. Und dann wollen sie wieder, dass sie das Geld umverteilen. Das kann schon nicht ausmalen, ne? Aber ich würde sagen, damit kommen wir doch mal zum Ende. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass ich euch diesen vorzüglichsten Hass näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat euch!